Musik Zum Geburtstag nur das Beste. Zum 40-jährigen Firmenjubiläum hat das Erlanger Analog Vollsortimenter einen ganz besonderen Plattenspieler auf den Markt gebracht. Einer, in dem alles steckt, was das Unternehmen groß und bekannt gemacht hat. Der neue Reference-Jubiläum baut auf Technologie, die Clear Audio über die Jahre perfektioniert hat. Das ergibt Sinn. Schließlich ist der Jubiläar auch so etwas wie eine Werkschau dessen, was der Hersteller über die Jahre erdacht hat. Der Tonarm fährt auf zwei Kugellagern in einem geschlitzten Glasrohr. Nach wie vor eine faszinierende Idee. Die Zarge erinnert nicht ohne Grund an einen Bumerang. So etwas hat Clear Audio in früheren Jahren schon einmal gebaut. Was nicht da ist, kann auch keine Probleme machen. Deshalb ist das Kabel des Tonarms fest angeschlossen. Unser Testexemplar zeigt den Geburtstagstreier in maximaler Ausbaustufe. Im Inneren des Professionell-Power 24V liefert ein Ringkerntrafo die Energie zu. Die fein polierte Keramikachse des CMB-Lagers. Achtung, Bruchgefahr. Clear Audio zelebriert analoges auf höchstem Niveau mit einer Kombination, die ganz leicht warm, weiträumig, leicht füßig und entspannt klingt. Ein absoluter Top-Plattenspieler. Kabel des 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 Kabel Untertitelung des ZDF, 2020